ein wunderschönen guten tag liebe leute und herzlich willkommen zu einem weiteren video hier von mmozone.de direkt aus der mist of pandaria beta und ihr seht hier schon vielleicht anhand des aktuellen bildmaterials ja es hat sich hier einiges geändert bereits schon vor einigen patches wurde die charakter erstellung beziehungsweise diese details hier überarbeitet zum beispiel jetzt hier mache ich mal ein gesicht es wird automatisch rein gezoomt und dann hat man hier rechts so eine kleine vorschau und in der mitte wo dann unser charakter eigentlich ist eine große vorschau finde ich ziemlich cool also ja gewöhnt man sich recht schnell dran hier noch mal eine frisur ich mache jetzt einfach mal sowas genau haarfarbe mache ich mal etwas blaues ja warum nicht und die ohrringe machen wir mal gibt es noch nicht wirklich viel auswahl ja wird bestimmt noch ein bisschen was kommen aber was ich euch eigentlich zeigen wollte ist das neue pandaren start intro und ja das schauen wir uns jetzt hier gleich mal an ich erstelle einfach mal den charakter mmo zu und sage dann welt betreten und wir werden das intro cinematic von den pandaren jetzt sehen und ja ich wünsche euch viel spaß und sage bis gleich ihr seid ein pandaren geboren und aufgewachsen auf der geheimnisvollen wandernden insel obwohl die meisten eures volkes zurückgezogen leben rennt in euch die lust nach abenteuer die wandernde insel hat jüngst begonnen scheinbar ziellos über die meere zu treiben ein fröstchen liegt in der luft und eure heimat steuert auf ihren untergang zu als einer der viel versprechendsten schüler in meister chance kloster wird es an euch sein euer volk zu retten aber zuerst müsst ihr eure ausbildung abschließen und schon sind wir in game direkt im startgebiet der pandaren das habe ich euch ja schon in drei ausführlichen videos vorgestellt ich verlinke die gerne noch mal in der news dazu dann einfach mal unten in der video beschreibung ja die direkt die direkte link zur news ansehen und dort findet ihr dann die weiteren videos ja ansonsten war es das auch schon für die nacht wir haben montagnacht gleich ein uhr durch und ich sage bis demnächst macht es gut oder rein ciao